Also insgesamt ist es sehr schönes Wetter. Ja, macht das Fahren Spaß. Ja, die Ausflüge sind ja auch vom feinsten hier. Schaut euch das an. Ehrlich. Ehrlich, ehrlich. Obwohl ich muss sagen, der Strand, die soll mir also bisher überhaupt nicht. Das ist kein feiner Sandstrand, den ich schon mal ein Land hier gewohnt habe. Oder wie er bei uns in Deutschland an der Ostsee ist. Aber wir haben auch wunderbare Sandstriche an der Ostsee. Und selbst die Nordsee im Abschnitt St. Peter-Ording. Oder weiter hoch nach Dänemark. Die Insel der Rübbe. Hervorragender Sand. Und hier, das ist grobkörnig, das ist grau. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, Fulkangestein oder Schotterzeug oder Sprint. Keine Ahnung. Sieht jedenfalls nicht schön aus. Aber ich denke mal, einige von euch waren ja schon in Spanien und kennen das im Folgen dessen. Also die Atlantiküste hat halt schöneren Sand. Ich bin ja sowieso nicht so sehr der Freund des Mittelmeers. Mag das Rauhackland, die Klima etwas lieber. Oh, da vorne, die Villa auf dem Berghof. Das sieht ja auch voll aus. Die sind bestimmt betrugte Leute, die ihre Häuser da oben bauen. Und da hinten scheint eine alte Burjabfelsen zu kleben. Ich glaube, wie eine Festungsanlage sieht's aus. Ja, direkt vor uns. Und wieder ein Blick in die Berge. Da ganz hinten sieht man, da ist Schnee auf den Kumpen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet, aber ich hab von Turox in die Sierra Nevada fotografiert. Da sah man auch ein paar schneebedeckte Gipfel. Hier oben sind 20 Grad und Sonnenschein und da oben viel Schnee. Gar nicht weit weg. Luftlinie 3, 4 Kilometer. Salobrina mit der Ordner aus. Ah, da wollen wir aber jetzt gehen. Ich sehe Wolken am Himmel.